hallo und herzlich willkommen zurück hier im ls 19 auf der schwarzen pumpe wir sind dabei kartoffeln in die waschanlage zu schaffen dann gucken wir mal ob man gleich ein paar die müssen nicht die müssen in die waschanlage müssen aber hoch in die waschanlage so also die gehen in die waschanlage oben die formel sehen 6 wird abgeerntet erscheint mit dem fahrer zu funktionieren unser feld 13 ist auch gleich fertig da werden wir dann sehen so lehrpaletten brauchen wir da habe ich schon mal den dud hochgeschickt ins sägewerk ob man da bisschen rohstoff bringen schaffen holen können ansonsten müssen wir ansehen und wieder gucken dass die produktion weiterlaufen wenn man die kartoffeln abgesetzt habe könnte wir eigentlich mal schauen ob der wie es in der malzfabrik aussieht kann man ja auf dem rückweg machen dann denke ich mal können wir noch mal durchgehen unsere produktion wir haben in der letzten das bier weggeschafft aber ich denke mal da gibt es noch ein bisschen mehr was man machen könnten also langweilig wuchs nicht aber erst mal die kartoffeln abgeben mal und zu hat man ja gemacht ich glaube in der bäckerer hätte könnten wir auch dann mal vorbeischauen Ich hoffe, dass der Kollege da selbstständig hinkommt, ne? Ja, da kommt er. 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 Dann lassen wir den erstmal da stehen. So. So. Wie sieht's denn eigentlich da aus? Gepflügt und voll gedüngt. Okay, da kann man dann voll sehen. Da müssen wir auch pflügen. So. So. Okay, voll. So. 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 höchste Eisenbahn, ganz ehrlich, Brennstoffe brauchen wir auch, dann schauen wir die hier zu der Schweinchen, dann fahren wir ins Sägewerk, holen uns die Hackschnitzel, hauen die hier rein, dann kümmern wir uns darum, dass zumindest die Kartoffelwaschanlage wieder ready ist, mein Wasser hat sie ja, hallo Schweinchen, so jetzt mal gucken, falsche Seite, oder machen wir jetzt die Seite rein, so, genau, weil, passt, und dann kümmern wir uns die Kirche. Dann geht's. Dann geht's. Dann geht's. Dann geht's. Dann geht's. Dann geht's. Auf ins Sägeberg! Wasser brauchen wir hier oben auch, Traktor ist gerade unterwegs, ja gut, in dem Sinne nicht unterwegs, sondern der steht ja an der Waschanlage, aber den könnten wir uns einmal zurückholen, weil Wasser habe ich ja noch da. So, langsam. So. 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 Dreischtausend Liter. Vamo aaaah Ah, ich habe mich noch nicht alles So, ich glaube, das ist hier. Jetzt runter. So, ich glaube, das ist hier. So, haki, 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 schlitzel. So, dann hauen wir das da rein. So, dann müsste das hier rein theoretisch. So, wir könnten da noch bisschen Stroh hochfahren. So, a little bit of Stroh. So. So, aber. So, LKW hier. Sehr voll. Da bringen wir gleich Wasser an den Schweinestall. So, der Kollege ist gerade am abgießen. Sehr schön. Wunderbar. Wunderschön, wie das funktioniert. Also, mit einem Anhänger funktioniert es. Mit zwei Anhänger nicht. Ja gut, zwei Drehschäme rückwärts ist halt fair nicht. So, aber da ist unser Trigger. So, du fährst da hin. So. So. Ah, okay. So. Du fährst zum Hof runter. So. So, wunderschön. So. 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 Auf geht's! So, da können wir nämlich dann hier mit der Maschine drüber. Ich seh, der Grupper, der muss repariert werden. Jetzt machen wir gleich, den stellen wir erst mit der Waschanlage. Da steht ja noch das andere Ding, den können wir dann gleich rüber waschi waschi machen. Aber dann setzen wir erst mal die Sehmaschine an. Ich weiß gar nicht, was wollten wir? Weizenhammer glaube ich schon. Aber wir gucken gleich mal. Bremsen, stopp! So, dann gucken wir mal rein hier. Was wir denn haben? Okay, das ist fast reif. Wir haben hier, haben wir Hopfen. Da haben wir Zuckerrüben, da haben wir Weizen. Also können wir hier Hopfen machen. Aber, das machen wir in der nächsten Folge. Denn für heute war es das. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Kommentare, Abos, ihr habt gerne gesehen. Ich verabschiede mich. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, ciao.